Wenn Sie Lena zu Hause nutzen, empfehlen wir Ihnen die Maske täglich zu reinigen. Hierzu nehmen Sie das Maskenkissen, das Stirnpolster, die Kopfbänderung und die ganzen Kunststoffteile auseinander. Die Bänderung können Sie einmal in der Woche reinigen. Für die tägliche Reinigung nehmen Sie ein mildes Reinigungsmittel, waschen die Teile und danach spülen Sie alles ordentlich mit Klarwasser wieder ab und lassen es über Tag an einem sonnengeschützten Ort trocknen. Wenn Sie Lena in der Klinik nutzen, haben Sie die Möglichkeit, die Maske bei Patientenwechsel hygienisch wieder aufzubereiten. Hierfür stellen wir Ihnen eine Broschüre zur Verfügung zur Desinfektion und Sterilisation. Diese Broschüre können Sie bei uns im Internet runterladen oder aber melden Sie sich auch gerne direkt bei uns. Wir schicken Sie ihnen dann per Post zu. Nun haben wir Ihnen mit diesen Tutorials einen ersten Eindruck von Lena gegeben. Jetzt sind Sie dran. Überzeugen Sie sich selbst. Viel Erfolg und alles Gute!